So, ich muss kurz stoppen und nehm' mir ne B, genau. Äh, nein, nein, das sieht nicht so gut, ah ja, sieht besser aus, aber wohin, ah ja, da musste ich, okay, gut, hallo, nein, jo, sieht gut aus, kann man leben? Nein, ja, ich muss überlegen, ob das richtig hab ich gemacht, ja, sollte, sollte passen. Oh, hast du dir sowas gebracht, hoffe ich nicht. So. Hä? Genau. Zack. Oh, springst du, oder bist du so? Oh. Yee, geschafft. Ich bin gespannt, was kommt jetzt. Oh, oh, oh. Ah. So, schnell hin. Schön, schnell. Nein! Geh nicht so weg, du bist blöd, oder das? Ja. Genau. Da sind wir und wo? Bra. Oh. 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 Nicht schlecht. Oh, ne, das ist zu heiß, zu heiß. gut ich glaube da sollte oben sein ja ich habe recht Für Abonnenten von 3D News und Exemplen wurde ein Sendt-Handschiff und Eingriffen. Sondermeldung. Schattler direkt schicken in 4. Juuu. Äh, okay. 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 Ich hab eine sehr strenge Türpolitik. Jo. Komm, zeig mir. Entschlossene Schweine, was? Geschafft. Äh, gut. Komm. Komm. Was hast du denen gesagt, Tommy? Okay. Oh. Doppelt. Nice. Nice. Liiiift. Oh. 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 Oh, ich war OP deswegen. Das ist so wie Pistol, aber die ist so wie, ich sage es so, Schrott. Oh, weil das muss man immer warten, bis der ist au... Ja, ist klar. Oh. Oh. Komm. Scheiße. Oh, du bist einer. Okay, also erlese ich auch. Ist auch gut. So, war ein bisschen laut, muss ich sagen. Ist das alles? Dachte ich mir. Oh, scheiße. Hey, willst du helfen? Bleib doch und hilf mir die Bude zu renovieren. Geht nicht. Größere Fische warten. Fische wie Johnny Greenteeth. Was kann man einem feuchten Tunnel entgegensetzen, der in Lieber verseuchte Dunkelheit fühlt? Also, ehrlich. Tut mir leid um deine Bar, Tommy. Sei vorsichtig, Willem. Da braucht sich ein Sturm zusammen, Schätzchen. Nicht weggefegt werden. Versuche ich, Tommy. Ja, das habe ich schon gemacht. Und haben wir eine neue Technik erlernt. Wieso nicht kein Y? Ich würde gerne Y habe, aber leider nur Heilung haben, glaube ich, diesmal bekommen. Dann lasse ich mir. So. Leute, ich werde sagen, diese Folge waren zu lang und wir sehr logisch. Das war's und wir sehen uns. Denken wir. Ciao.